Siebzehnte Lektion Der Zahnarzt Ich habe seit drei Tagen Zahnschmerzen. Kennen Sie einen guten Zahnarzt? Meine Tante kennt einen. Sie findet ihn sehr nett. Können Sie mir bitte seinen Namen und seine Adresse geben? Ja, warten Sie. Er heißt Dr. Knorr und wohnt Wagnerstrasse 13. Seine Telefonnummer ist 26 35 16. Vielen Dank. Sagen Sie mir, kennt Ihre Tante ihn schon lange? Oh ja, seit ungefähr zehn Jahren. Und sie sieht ihn oft? Oh ja, sehr oft. Wissen Sie, sie hat viele Probleme mit ihren Zähnen. Ah ja? Was für Probleme? Sie verliert ihre Plomben, hat Abszesse und so weiter. Aber ich sage Ihnen, der Zahnarzt ist wirklich fantastisch. Übung Meine Schwester kennt einen netten Zahnarzt. Können Sie mir bitte Ihre Adresse geben? Was für ein Buch ist das? Haben Sie Probleme mit Ihren Zähnen? Ich kenne ihn seit ungefähr drei Jahren. Ich kenne sie noch mal. Ich kenne ihn rein. Ich clue Ihnen, das拿 Shah um, dass das Video hier heute mit deinen Zahnarzt kam从 Thank you. isso me so